Warum ein Buch über die Liebe? Ich habe mir wirklich gedacht, wenn man ein Buch über die Liebe an und für sich schreibt, muss man entweder wahnsinnig fantasielos sein oder größenwahnsinnig. Ich weiß, dass ihr beides nicht seid, deshalb will ich wissen, warum ein Buch über die Liebe. Ich meine, es gibt kein grösseres Thema. Ja, genau deswegen haben wir gedacht, machen wir doch das. Ja, also ein bisschen größenwahnsinnig waren wir vielleicht schon. Ja, das Thema ist riesig.